Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based-Podcast. In dieser Folge möchten wir uns über das Thema VR in Medizin unterhalten und auch Gaming in Medizin und viele weitere Themen, die da wahrscheinlich noch aufkommen werden in Bezug darauf. Und in dieser Folge möchten wir mit Prof. Dr. Mike Massuch reden. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich würde Sie kurz vorstellen, Sie sind an der Universität Duisburg-Essen in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften tätig und Professor für Medieninformatik, Entertainment Computing in der Abteilung Informatik und Angewandte Kognitionswissenschaft. Das klingt schon mal sehr, sehr fancy. Ja, das stimmt. Genau, darüber hinaus sind Sie auch Mitglied der Gesellschaft für Informatik, der Digitalen Games Research Association und Sie sind Berater für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ja, das ist alles korrekt. Ein bisschen mehr ist es auch noch, aber das soll auf jeden Fall mal reichen. Sie können auch gerne weiter ausführen, was Sie noch alles machen. Im Wesentlichen bin ich Forscher und Lehrender. Also das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Mich fasziniert eigentlich schon, seitdem ich auch die ersten Computerspielerfahrungen gemacht habe, dieser Zusammenhang zwischen Spielen und Lernen. Und das hat mich, glaube ich, durch mein ganzes Wissenschaftlerleben getrieben. Ja, das sind perfekte Voraussetzungen für diesen Podcast auf jeden Fall. Ja, genau. Und wir möchten ja uns über das Thema, welche Anwendungsbereiche es zum Beispiel für VR in der Medizin gibt, unterhalten. Wir haben dieses Thema schon manchmal angeschnitten in anderen Podcast-Folgen. Da ging es zum Beispiel um Inklusion und wie Computerspiele und auch die VR-Technik bei Inklusion sorgt, bei zum Beispiel Museumsrundgängen, die man mit einem Rollstuhl nicht begehen kann. Und jetzt möchten wir uns aber auf das fokussieren, was man wirklich in der Medizin machen kann, also wie das unterstützend sein kann bei Therapien und anderen Behandlungen im Krankenhaus. Und Sie haben da ja auch schon innerhalb Ihres Studienganges auch mit Studenten an solchen Themen gearbeitet, oder? Ja, wir versuchen das möglichst immer mit der Forschung zu verbinden. Also wenn wir mit Studierenden arbeiten, dann sollen die auch einen Einblick in die Forschung bekommen. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn es dann zu so praktischen Anwendungen kommt, wo man tatsächlich Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung zu Computerspielen auch in die Praxis bringen kann. Und was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt zum Beispiel, eine herkömmliche Therapie mit solchen Ansätzen zu ergänzen? Also wir reden ja so ein bisschen über Virtual Reality und über Games und manchmal wird das so ein bisschen vermischt. Und so vorweg würde ich meine Auffassung mal so definieren, dass Spiele ebenso Computerspiele auch einen konkreten Anwendungsnutzen haben können. Man spricht dann von Serious Games und man kann viele Therapien verbinden mit so einem spielerischen Ansatz. Virtual Reality hingegen ist eine Technologie, die gibt es schon sehr lange. Die ist aber in den letzten Jahren ungeheuer populär geworden, weil man plötzlich einfach die technischen Möglichkeiten für den Massenmarkt geschaffen hat. Und früher gab es Virtual Reality Headsets, also diese VR-Brillen, die haben 20.000 Euro gekostet und heute gibt es die für 300 Euro und jeder kann die zu Hause haben. Und das erweitert natürlich auch das Anwendungsfeld, dass wir jetzt mit solchen massentauglichen Geräten, die von der Performance schon ganz gut sind, eben auch in solche Dinge wie medizinische Bereiche eingreifen können und da versuchen können, das Leben von Menschen, Patienten zu verbessern. Ja, ich habe auch auf einer der Webseiten gelesen, dass gerade für das Thema Angstreduktion für Kinder VR ein Anwendungsbeispiel ist. Inwiefern haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Ja, wir können erst mal so schauen, dass wir wie Virtual Reality, wie kann man die einsetzen? Ja, kann man das als Trainingsumgebung einsetzen, um zum Beispiel eine Operationsplanung durchzuführen? Man kann es als Forschungsinstrument einsetzen. Das machen wir zum Beispiel in ganz vielen Studien. Wir bauen dann VR-Umgebungen und gucken, wie sich Menschen darin verhalten. Ja, und wie genannt zur Angstreduktion kann man Virtual Reality sehr effizient einsetzen. Das ist so, dass bei der Angstreduktion man von einer Expositionstherapie spricht. Also man muss dem Patienten es irgendwie beibringen oder der Patient sollte das irgendwie erfahren für sich selber auch erschließen, dass er mit diesem angstauslösenden Reiz umgeht. Und in Virtual Reality können wir diesen Reiz eben erzeugen oder weglassen oder ganz klein werden lassen, wie zum Beispiel Höhenangst. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür. Wenn Sie einen Patienten, der Höhenangst hat, sagen, okay, wir gehen jetzt auf einen Funkturm und da kannst du runtergucken und dann helfe ich dir dabei, mit deiner Angst klarzukommen. Dann sagt er von vornherein, nein, das kann ich nicht, ich schaffe das nicht. Mhm, weil es einfach zu viel wäre am Anfang, sich direkt mit dem Realen zu konfrontieren, ja. Genau, und dann erstmal ins Treppenhaus zu gehen oder sowas, das funktioniert nicht. Wenn man aber eine VR-Umgebung hat und sagt, okay, setzen Sie sich diese Brille auf und wir stehen erstmal ganz normal auf dem Boden und dann setze ich Sie mal auf ein Podest, das einen Meter hoch ist. Dann kann man damit vielleicht umgehen. Bei zwei Metern, so ähnlich wie beim Sprungbrett im Schwimmbad, hat man dann schon so ein bisschen ein anderes Gefühl. Bei fünf Metern ist es schon anders und das kann man auch wieder runterfahren. Und man versucht dann den Patienten sogenannte Coping-Strategien beizubringen, wie sie mit ihrer Angst umgehen sollen. Das heißt im Wesentlichen eigentlich die Einstellung zu dem angstauslösenden Reiz zu verändern und man gewöhnt sich auch tatsächlich daran. Wenn man, wenn die Therapie erfolgreich ist, das ist kein Garant, aber man kann natürlich gerade mit Virtual Reality-Umgebungen den Reiz sehr schön skalieren. Man kann ihn ganz klein werden lassen oder man kann ihn ganz anders aussehen lassen und man hat dort gute Möglichkeiten, sich dem Patienten zu nähern und darüber zu sprechen, ohne dass der jetzt gleich eine Panikattacke kriegt. Und das funktioniert auch? Ich frage mich, ich habe jetzt keine klassischen Ängste wie zum Beispiel Höhenangst oder Angst vor Spinnen, aber wenn ich jetzt Höhenangst habe und ich weiß aber, dass es nicht echt ist, also kickt das dann überhaupt so rein, diese Angst, wie wenn ich jetzt wirklich auf einem Turm stehe? Funktioniert das? Virtual Reality ist eine intensive Erfahrung. Die modernen VR-Brillen sind erstens ziemlich leicht und gut zu tragen und bei einer gut gemachten Virtual Reality-Umgebung vergisst man eigentlich, dass man sich in einer anderen Umgebung befindet. Sie kennen das bestimmt vom Kino. Also wenn man da im Sitz sitzt, es ist dunkel, man fokussiert die Aufmerksamkeit nach vorne, dann ist man schon in diese Erzählung mit eingesogen. Im Bereich der Virtual Reality spricht man dann von der Immersion und ich kann ja im VR in der Virtual Reality-Umgebung tatsächlich auch noch interagieren. Das heißt, ich kann rumlaufen, ich kann den Blick wenden und dann dreht sich die Kamera so und das erzeugt eine Immersion in diese Umgebung, die von einer ganz anderen Qualität ist, wie einfach nur sich einen Film anzugucken auf dem Display. Und wenn ich das selber an mir erfahre, dann kann ich mich ganz schwer von dieser Illusion lösen. Man spricht dann von dem Präsenzerleben, also wenn man präsent ist in einer anderen Umgebung, dann hat man das Gefühl, wirklich dort zu sein. Und wir können das in unseren Studien immer wieder finden, dass dieses Präsenzerleben besonders stark ist, wenn die Umgebung realistisch ist. Aber das kann auch passieren, wenn die Erzählung gut ist. Also man kann dann sowohl von der Erzählung gefangen sein, ähnlich wie bei einem Buch, das ist ja technisch nicht herausfordernd, sondern man ist in der Erzählung gefangen. Und in Virtual Reality kann man sowohl durch die visuellen und auditiven Komponenten, also was ich sehe, was ich höre, vielleicht manchmal was ich fühle, sich so hineingezogen fühlen, vielleicht auch durch die Erzählung, dass ich wirklich glaube, an einem anderen Ort, in einer anderen Welt zu sein. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung. Es gibt dort Höhenangstexperimente, da legt man einfach nur ein Brett auf den Boden und der Unterschied zum Fußboden ist so zwei, drei Zentimeter. Und wenn man über dieses Brett geht, kommt man an diese Kante und in der Virtual Reality Brille sieht man dann plötzlich in den Abgrund. Und obwohl man, wenn man die Augen schließen würde und den Fuß raufsetzen würde, ganz genau wüsste, okay, das ist der Laborboden, hier kann ich nicht runterfallen. Wenn man aber hinsieht, erzeugt das eine so starke Illusion, dass ich wirklich das Gefühl habe, dort zu sein. Also die Erfahrung ist intensiv und die Überredungskraft von Virtual Reality ist in diesem Bereich schon ziemlich groß. Ja, auf jeden Fall spannend, was man dann damit auch für Ansätze verfolgen kann. Welche Ergänzung das zu einer, ich denke, das ist dann eine Psychotherapie, wenn man, oder eine Angsttherapie, wenn man sich mit seinen Ängsten konfrontiert, aber auch, was das für Möglichkeiten schafft in anderen Feldern. Zum Beispiel in der Arbeit im Krankenhaus, nicht nur, um Angst zu therapieren, sondern vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, damit klarzukommen, dass man zwei Monate im Krankenhausbett rumliegen muss oder zur Vorbereitung darauf, was dann kommen wird. Mit welchen Forschungsbereichen ist das denn kollidiert bei Ihnen, wenn Sie solche Sachen, solche Projekte angegangen sind? Also wahrscheinlich auf jeden Fall die Psychologie, wenn Sie mit Kindern zusammenarbeiten, und auch der Bereich der Pädagogik, schätze ich, was kommt da alles zusammen? Also das ist gerade für solche spielerischen Lernanwendungen, die irgendwie einen Zweck haben, jemandem zum Beispiel die Angst zu nehmen oder so, eine ungeheuer interessante Mischung, wo man eigentlich alles so aus der Medieninformatik und anverwandten Disziplinen so verbinden kann, in so einem ganz praktischen Beispiel. Ich erzähle gleich von einem schönen Anwendungsfeld, wo wir es geschafft haben, zum Beispiel Informatik, Psychologie, Kinderpädagogik so zusammenzubringen. Aber das sind erst mal so die Bereiche, mit denen wir jetzt gerade so arbeiten. Wir sind gerade so an dieser Schnittstelle zwischen Informatik und Psychologie, wo die Mensch-Technik-Interaktion erforscht wird. Und das eben in solchen VR-Welten. Und eins von unseren Vorzeigeprojekten war VR-Relax. Das war ein Projekt zur Reduktion von Angst bei Kindern zur Vorbereitung auf eine MRT-Untersuchung. Was wahrscheinlich sehr groß ist, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das als Kind nicht so cool gefunden hätte, in so ein Gerät reingeschoben zu werden. Also so eine MRT-Untersuchung ist ja im Prinzip überhaupt nicht schlimm. Man spürt ja keine Schmerzen, aber man erlebt eine sehr unangenehme Situation. Es ist eng, man wird in diese Röhre geschoben, es ist ultralaut, man weiß nicht, wie lange man da drin liegen muss. Und letztendlich werden Kinder bei solchen Untersuchungen auch noch von ihren Eltern getrennt, in der Regel. Das führt dazu, dass bei einer MRT-Untersuchung 25% der Probanden unter 18 Jahren sediert werden oder narkotisiert. Narkotisiert heißt wirklich Beatmungsschlauch in Hals, Narkosearzt muss anwesend sein und großes Risiko für das Kind. Und wir haben eben eine spielerische Trainingsapplikation für eine VR-Brille entwickelt, mit der Kinder das im Vorfeld trainieren können, um mit dieser Angst klar zu kommen. Heißt eine Konfrontation im Voraus, damit, wenn dann der Fall eintritt, dass sie da reinkommen, auf jeden Fall schon mal irgendwie vertraut sind mit dem Konzept. Ganz genau, die Eltern können diese App auf eine VR-Brille laden oder sie können es auf Snap-Smartphone laden. Man nimmt dann so ein Cardboard mit dazu, das ist so eine Halterung, mit der man VR erleben kann. Die ist relativ günstig oder sie kriegen die vom Krankenhaus. Und dann können die Kinder schrittweise und mit kleinen Spielen einen originalgetreuen Untersuchungsraum untersuchen und können dort trainieren, stillzulegen. Während sie diesen virtuellen MRT-Scan erleben, werden sie dann auch begleitet von so zwei digitalen Charakteren. Das sind so Pinguine. Das hatten wir uns damals ausgedacht. Und die sind dann so als Companion dabei und man kann dann Pinguinaut werden. Genau. Und wie war da die Rückmeldung von den Eltern oder von den Kindern dann, nachdem die das ausprobiert haben? Wir haben schon sehr intensiv mit Kindern im Vorfeld gearbeitet. Wir hatten Gott sei Dank ein gut gefördertes Projekt, wo wir über drei Jahre im Prinzip Zeit hatten. Das Ganze zu entwickeln. Das war von der EU und vom Land NRW gefördert. Und wir haben dann mit Partnern aus der Medizintechnik, aus dem Universitätsklinikum in Essen, aus der Kinderklinik und mit einer Firma aus der Unterhaltungsindustrie zusammengearbeitet. Und wir haben aber dann auch mit Kindern gearbeitet. Das heißt, wir haben tatsächlich Kinder im Krankenhaus befragt, wenn ihr so eine Reise durch eine fantastische Welt gestalten könntet. Wie würde das aussehen? Und da kam ganz häufig auch von Jungen und Mädchen gleichermaßen so eine Weltraumreise. Und dann haben wir das als Thema genommen und haben auch immer wieder das mit Kindern getestet. Das nennt sich dann nutzerzentrierte Entwicklung, wo man schon im Vorfeld sehr stark auf die Erwartungen und Interaktionsgegebenheiten der Nutzer eingeht. Das heißt, man ist sehr dicht an späteren Anwendern dran. Das ist schwieriger. Man kann natürlich auch erstmal eine Applikation entwickeln und danach gucken, was die davon halten. Das ist wahrscheinlich sehr viel mehr Aufwand dann, weil wenn man was ewig entwickelt und dann ist es schmarrn, dann ist alles umsonst gewesen. Das Risiko ist auf jeden Fall sehr viel größer. Und die Kinder konnten aber jetzt immer wieder zwischendurch sagen, ja, das passt mir nicht. Oder das finde ich jetzt für kleinere Kinder. Und ja, nee, das ist super. Oder es hat mir total gut gefallen. Und wir haben das dann, nachdem wir also den Testlauf mit verschiedenen Fokusgruppen durchlebt haben, tatsächlich im Klinikum getestet. Das heißt, sogar in zwei Kliniken. Und das war eine sehr aufwendige Studie. Und solche Studien an Kindern sind immer ungeheuer sensibel durchzuführen. Denn wir müssen, die Kinder haben ja jetzt nicht nur Angst vor der Röhre, sondern die haben ja meistens einen Grund, weswegen sie da reingehen. Ja, das heißt, die Eltern sind auch sehr besorgt, weil es irgendeine schwerwiegende Erkrankung gibt, die der Grund für die MRT-Untersuchung ist. Und die Kinder wissen gar nicht genau, wieso sie da jetzt überhaupt rein müssen. Und wenn sie wissen, dass sie diese Krankheit haben, sind sie als Kinder wahrscheinlich eh schon damit überfordert. Ja, ganz genau. Das heißt auch, dass die Eltern dementsprechend beunruhigt sind und auch im Vorfeld auch schwierige Kunden quasi für eine solche Anwendung sind. Also man kann sich bestimmt einfachere Felder raussuchen als kranke Kinder. Aber wir haben gedacht, wenn wir es für kranke Kinder schaffen, dann geht es auch für Erwachsene. Das stimmt. Und wir haben dann mit dem Prototypen mehrfach mit Kindern getestet. Die fanden das alle gut. Auch Virtual Reality ging sehr gut mit den Kindern. Und die Eltern waren letztendlich auch begeistert. Dann haben wir tatsächlich das Ganze in der Studie über ein Jahr lang immer wieder mitlaufen lassen. Wenn also Kinder zur Untersuchung anstanden und sie genügend Zeit zum Training hatten. Manchmal hat man einen Notfall, da musste das MRT sofort gemacht haben. Aber wenn sie sagen, okay, in einer Woche zum Beispiel musst du ins MRT, dann konnten die das eben vorher trainieren. Und neben dem Training, das heißt also der spielerischen Interaktion mit der Virtuality-Umgebung, haben die auch so Mutsprüche gelernt. Das ist so eine Entspannungstechnik, die man sich selber auch aufsagen kann. Zum Beispiel? Ja, ich bin stark und tapfer wie ein Wolf im stillen Wald, um eben die lauten Geräusche des MRTs gedanklich zu verdrängen. Und dann gab es einen zweiten Teil in unserem Training, das ist das Sternguckerspiel. Da müssen die Kinder auf dem Rücken liegen und sehen an der Decke des virtuellen MRTs einen Himmel mit Sternen. Und die Sterne verbinden sich zu einem Sternbild, aber nur, wenn die Kinder sich nicht bewegen. Und das können wir durch die Sensorik des Smartphones sehr gut rauskriegen. Das heißt, wenn die rumwackeln, dann verbinden sich die Sternbilder nicht mehr und dann geht das Spiel nicht weiter. Dann müssen sie wieder still liegen. Und das ist für die Qualität der bildgebenden Verfahren im MRT auch ziemlich entscheidend, dass sie zu bestimmten Zeiten, wenn nämlich dieser Scan stattfindet, still liegen. Der Scan dauert normalerweise so 45 Minuten. Man hat aber so Sequenzen und da muss man dann möglichst still liegen, um scharfe Bilder zu bekommen. Was bei Kindern sehr schwierig ist, 45 Minuten. In der Dunkelheit, in der lauten Umgebung. Es gibt auch sehr starke Panikpatienten unter Erwachsenen. Also das ist tatsächlich nicht trivial, da dann auch keine Platzangst zu empfinden. Ich habe das gerade, um ein persönliches Beispiel reinzubringen, mit meiner Mutter letztes Jahr gehabt. Eigentlich gar keine Klaustrophobie, gar nichts. Aber sie hat gesagt, als sie in dieser Röhre drin war, mit diesem Lärm, hat sie sich die ganze Zeit bewegt. Und dabei hat der Arzt sie auch extra davor gefragt, ob er sie irgendein Beruhigungsmittel braucht. Aber sie hat gesagt, sie braucht es nicht. Das ist nochmal was anderes, als woanders in der Enge zu sein. Ja, ganz genau. Ja, und dann haben wir diese Studie ausgewertet. Und das ist ein ziemlich großer Aufwand, weil wir haben letztendlich 200 Eltern und Kinder angesprochen. Davon waren dann 94 tatsächlich nur brauchbar. Davon waren dann die Hälfte in der Kontrollgruppe. 50 Kinder haben das tatsächlich dann durchgeführt. Und das ist für so eine Studie mit Kindern schon ziemlich groß für, sagen wir mal, so ein Technologieprojekt. Wir sind ja kein Medizin-Pharma-Unternehmen, sondern wir sind ein Forschungsinstitut. Und die Ergebnisse konnten dann aber zeigen, dass je länger man trainiert hat, desto besser ist man durch das MRT gekommen. Und wir konnten also ganz signifikant die Angst senken. Und viele Kinder und auch die Eltern und auch das medizinische Personal waren super zufrieden damit. Und dann so ein Jahr später, das war so ein Highlight, schrieb mir dann mein Vater. Er hatte eine Tochter, die aufgrund einer besonders seltenen Erkrankung viele MRT-Untersuchungen hat und mindestens eine Untersuchung pro Jahr durchgeführt bekommen hat. Und sie hat schon 20 MRTs hinter sich, aber immer in Narkose. Immer in Vollnarkose, weil er sagte, er hat so eine Angst davor gehabt. 20 Mal Vollnarkose als Kind, das ist auch sehr belastend für den Körper. Ja, natürlich. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber wenn Sie Ihr Kind anders nicht reinkriegen, dann nehmen Sie das in Kauf. Und dann hat er geschrieben, sehr geehrtes Team, um Professor Masoch dank ihrer Abhalt unsere Tochter sechs Jahre heute ihr erstes MRT ohne Narkose überstanden. Und wir bedanken uns sehr für die Mühe und uns hat es sehr geholfen. Und das ist ein sehr schönes Feedback, das man dann bekommt, wenn man es tatsächlich schafft, aus der Forschung etwas in die Anwendung zu bekommen. Und wir haben es dann versucht weiterzuführen, dass wir das Projekt nicht absterben lassen. Und da haben wir das dann an die Stiftung übergeben. Das wäre nämlich meine nächste Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass sowas dann weiterhin benutzt wird. Weil es ist ja jetzt zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, auf den Handys der Eltern. Jetzt macht Apple, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal im Dreimonat-Takt ein neues iOS-Update. Android hat dann eh nochmal, wahrscheinlich je nach Handy-Modell für Samsung, Huawei und so, auch nochmal immer wieder Updates. Und da hinterher zu bleiben, nachdem das Projekt geendet ist, das ist ja dann relativ schwierig. Das ist für einen Forschungstransfer eigentlich ein Albtraum-Szenario, wie man sich nur vorstellen kann. Ich kenne eigentlich viele sehr gute Projekte, die so als Forschungsprojekte erfolgreich waren, die es aber dann nicht geschafft haben, nachhaltig verfügbar zu sein. Denn natürlich, wenn man so ein Förderprojekt hat, so wie wir das jetzt hatten, kann man sowas umsetzen. Und die meisten Forschungsprojekte enden aber dann nach der Umsetzung. Wenn die Förderung vorbei ist, ist die Publikation geschrieben sozusagen als Wissenschaftler oder es gibt gar keine Evaluierung. Ja, oder die Studenten, die das betreut haben, sind alle weg. Genau, das Know-how geht und man kann das nicht verstetigen. Und gerade wegen des offensichtlichen Nutzens für Kinder haben wir eben gesucht, was für Möglichkeiten gibt es für die Fortführung. Weil wir als Universität, wir können ja genau, wie Sie meinten, diesen Support nicht leisten, dass wir jetzt für jede neue iOS-Version das wieder anpassen. Denn es ändert sich immer so eine Kleinigkeit an der Schnittstelle. Plötzlich funktioniert die Musik nicht mehr oder das passt von der Sprachausgabe nicht oder die ganze abstartet nicht mehr. Und wir haben es dann überführt in den Besitz einer Stiftung. Und die Stiftung Universitätsmedizin sorgt jetzt über Donationware. Also man kann, wenn man dafür was spenden möchte, dafür was geben. Man kriegt es aber frei runterladbar. Das war uns auch wichtig. Im App und im Play Store frei verfügbar. Man braucht dann eben nur diese Halterung dazu. Und dann kann man das einfach runterladen. Und wie sieht das finanziell aus? Weil ich stelle mir vor, dass man da wahrscheinlich auch Kompromisse machen muss. Ich meine, klar, man kann nicht jetzt so viel Geld haben wie bei einem AAA-Titel, wo es halt aber auch darum geht, Geld zu verdienen damit. Sondern es ist ja eine Förderung. Und die muss man dann wahrscheinlich unter den Partnern auch nochmal aussplitten. Wie schwierig war es da, was Gescheites zu programmieren, sage ich jetzt mal, mit den Mitteln, die einem zur Verfügung standen? Und konnte man da überhaupt nach noch mehr Mitteln fragen? Ja, ich träume ja immer davon, dass wir auch mal so ein AAA-Budget haben für eine medizinische Anwendung. Ja, die würde wahrscheinlich auch so richtig cool aussehen. Wenn wir so ein 50-Millionen-Dollar-Budget hätten, um da irgendwie ein Serious-Game zu machen, das wäre bestimmt der Hammer. Aber leider hat man das in der Regel nicht. Ein Computerspiel wird für den Markt produziert. Das heißt, es verkauft seine Einheiten. Und ein Serious-Game wird für eine spezielle Zielgruppe produziert. Und das kann man nicht über den Markt verkaufen. Weil wie viele Leute mit Höhenangst oder mit psychotherapeutischen Bedürfnissen kann ich denn zum Kaufen überreden? Das ist also sehr schwer. Man muss also den Markt irgendwie anders fassen. Das heißt, solche Projekte finanzieren sich meistens über Forschungsgelder, über Stiftungen, Einzelinterventionen oder eben aus öffentlich finanzierter Forschung. Und das war uns auch wichtig. Wir sind ein öffentlich gefördertes Projekt. Deshalb darf das nichts kosten. Ich finde, die Öffentlichkeit hat ja schon dafür bezahlt, dass wir das gemacht haben. Und dafür muss es dann eben auch kostenlos zur Verfügung stehen. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, die weiterlaufenden Kosten irgendwie in den Griff zu kriegen. Und da ist es leider so, dass man ganz häufig dann als Wissenschaftler und als Forscher verzweifelt daran, dass man eine gute Idee hat. Und das aber dann nicht in den Markt transferiert bekommt. Das ist unter anderem durch das System so gebaut. Aber in anderen Ländern ist es total anders. Wie zum Beispiel in den USA, da sind ja zum Beispiel Gaming und Unterhaltungstechnologie in Krankenhäusern bereits in der Anwendung und genießen da auch eine breite Akzeptanz. Aber bei uns ist das so, soll man nicht lieber Holzspielzeug kaufen? Und man ist da immer noch sehr skeptisch. Was dann nochmal eine Hürde dafür ist, an die Gelder ranzukommen. Ganz genau. Und welche Krankenhäuser oder Institutionen nutzen das denn jetzt? Oder beziehungsweise kann ich mir das vorstellen, mein Kind muss jetzt ins Krankenhaus und der Arzt kommt dann auf mich zu und empfiehlt das dann auch. Sagt, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Laden Sie sich mal die App unter und probieren das aus. Vielleicht kriegen wir es dann hin, dass Ihr Kind nicht sediert werden muss, um in den MRT zu gehen. Genau, also ich weiß es aus den pädiatrischen Kliniken, also Kinderkliniken in München, in Köln, in Hamburg, Berlin, Essen natürlich. Die haben es mitentwickelt. Die setzen das alle schon ein. Und dann hoffen wir, dass sich das eben ein bisschen weiter verbreitet. Wir haben es eben auf verschiedenen Medizinerkongressen schon vorgestellt. Aber da es ja frei runterladbar ist, wissen wir gar nicht, wer damit alles arbeitet. Das stellen wir denen einfach kostenlos zur Verfügung. Was wir eben noch mit dabei hatten, ist ein begleitendes Training. Man kriegt ja so einen Weltraumpass. Immer wenn man das Training gemacht hat, kann man so ein Sternchen freirubbeln. Und zum Schluss kriegt man so ein Zertifikat. Und wir haben das so ein bisschen auch in der Hoffnung gemacht, dass die behandelnden Ärzte so ein kleines Vorwissen haben. Also ein Kind, das schon sieben Trainings absolviert hat. Und das letzte ist das schwierigste Level. Voll im Dunkeln, volle Geräusche des MRTs. Zwölf Minuten still liegen. Und wenn es das geschafft hat, dann übersteht es auch ein MRT. Dann kann man auch als Arzt so eine gewisse Prognose stellen. Das Kind schafft das wahrscheinlich auch ohne Narkose oder ohne Sedierung. Und das hoffen wir, dass sich das jetzt einfach umspricht und auch durchsetzt. Jetzt haben wir es ja sehr viel von Kindern gehabt. Sie haben ja auch gesagt, dass das dann für Erwachsene dann auch möglich ist, wenn man es mit Kindern hinkriegt. Wie funktioniert das denn jetzt bei einer Zielgruppe wie Senioren, die absolut gar keine Berührungspunkte dazu haben? Ich stelle mir jetzt meine Oma vor, die fünf Jahre gebraucht hat, um mich auf WhatsApp anzurufen. Und die vielleicht auch so ein bisschen gegen diese Technologie sind. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, was die betrifft oder die Ambition, das auch anzugehen? Also wir haben diese Applikation jetzt konkret nicht mit Senioren getestet. Aber wir haben schon mal Studien mit der Akzeptanz von Virtual Reality in Seniorenheimen und Pflegeheimen ausgetestet. Zum Beispiel, um Probanden in die Bewegung wiederzubringen. Und die Leute müssen ja nicht Experte in der VR-Programmierung werden. Sondern sie haben in der Regel irgendjemanden dabei, der sich mit der Technologie auskennt. Und die Technologie ist um so vieles einfacher geworden. Und die Senioren, mit denen wir gearbeitet haben, die waren super aufgeschlossen. Ja, natürlich ist es immer eine besondere Situation. Da kommen Forscher von der Uni, die wollen wissen, wie Senioren mit so einer neuen Technologie umgehen können. Aber das war durchaus sehr erfrischend. Und die das auch, so diese Illusion von Virtual Reality, sofort angenommen haben. Und wir hatten dann so eine Umgebung gebaut, wo es so leichte kognitive Aufgaben gab. So kleine Puzzleteile zu lösen. In so einem virtuellen Wald in Häkchen spazieren zu gehen. Und die Akzeptanz war durchaus sehr hoch. Natürlich muss man Leuten helfen, genau wie man, sagen wir mal, wenn sie ihrer Oma das Telefon erklären, dann muss sie ja nicht gleich WhatsApp bedienen können, aber sie muss das Telefon anschalten und aufsetzen können. Und mit der VR-Brille hat das alles ganz gut funktioniert. Also da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das mal hinhaut. Außerdem so die Leute, die mit der Technologie gar nicht umgegangen sind, sterben jetzt auch so langsam aus. Das ist eher so die Generation meiner Eltern. Die anderen, die jetzt so in den 10, 20 Jahren in das Seniorenalter kommen, die sind alle mit Technologie aufgewachsen. Das Problem wird es in diesem Maß nicht mehr geben. Vorausgesetzt, die Technologie entwickelt sich nicht so schnell weiter, dass die dann auch wieder abgehängt werden. Aber das sehen wir dann in 10, 20 Jahren. Ja, aber eine gute Technologie ist tatsächlich auch immer benutzerfreundlich. Das stimmt. Das ist etwas, da können wir von Computerspielen, um den Bogen mal wieder zu schließen, sehr viel lernen. Also ein Computerspiel, was es nicht schafft, seine Nutzer in die Interaktion zu bringen und denen Spaß zu vermitteln, ist relativ schnell weg vom Fenster. Und die Computerspielentwicklungsstudios, die das nicht hinbekommen, die sind relativ schnell weg vom Markt. Das heißt, was wir immer sehen, sind auch spielerische Interaktionen auch für andere Bereiche, die sich Technologien aus Spielen abgucken. Und das ist unser Forschungsgebiet auch, dass wir versuchen, diese spielerischen Technologien in andere Lebensbereiche zu übertragen. Und in der Medizin gibt es da eine ganze Menge Möglichkeiten, mit diesem spielerischen Wissen, mit Gamification oder mit Virtual Reality und sehr nutzerorientierten Interaktionen, auch das Leben der Menschen zu verbessern. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Ziel, wie man Forschung mit VR tatsächlich in der Medizin dann einsetzen kann. Gibt es da irgendwelche zukünftigen Projekte, über die Sie sprechen dürfen nun oder irgendwelche Themen, die angestrebt sind, wenn Sie darüber reden dürfen? Ja, ich überlege gerade, was da besonders geeignet ist. Ein Projekt, an dem wir gerade forschen, ist eine Interaktion, wo wir Kindern das Verständnis von mathematischen Zusammenhängen in Virtual Reality näher bringen wollen. Es geht um das Laufen auf einem Zahlenstrahl, wo man erfährt, um wie viel größer bestimmte Zahlen als andere Zahlen sind. Es ist so, dass gerade so zwischen der zweiten und dritten Klasse, so der Sprung von diesem Rechnen, was man mit den Fingern hinkriegt, also eins bis zehn, schwierig wird, wenn man dann in den Zehner, Hunderter, Tausender Raum geht. Und was wir alle lernen mussten, die mit Mathematik ihre ganz persönlichen Kämpfe ausgefochten haben, ist, dass diese komischen Symbole irgendwie was bedeuten. Es ist aber nicht mehr wirklich eine Erfahrung, eine gegenständliche Erfahrung, sondern ich muss wissen, dieses abstrakte Bild da ist die neun. Und dieses abstrakte Bild ist die sieben. Und die neun ist zwei größer als sieben, aber die neun ist auch größer als die fünf. Um wie viel ist das jetzt größer? Und das versuchen wir Kindern in Virtual Reality zu vermitteln, indem sie die Strecke gehen können. Indem sie das körperlich erfahren, wie weit die Strecke weiter ist. Und das ist ein Grundlagenforschungsthema, wo wir nicht direkt sofort eine Anwendung haben. Wir haben aber so die Perspektive, wenn das klappt, können wir damit zum Beispiel in der Grundschule Kindern, die Schwierigkeiten mit dieser abstrakten Symbolik haben, vielleicht helfen, ein Verständnis für mathematische Zusammenhänge zu bringen. Und das ist eine Herausforderung, weil wir zum einen die Interaktion so gestalten müssen, dass sie spannend ist. Und die ist noch viel schlimmer, weil Mathematik ist ein ungeliebtes Kind, seien wir mal ehrlich. Ich wollte gerade sagen, das Spannend zu gestalten ist schwierig. Genau. Ja, und wir versuchen es aber interessant zu machen, indem wir dort spielerische Interaktionen machen. Und Spiele sind in einer Sache ziemlich klasse. Man kann es nämlich so oft ausprobieren, wie man will oder bis man es kann. Die Spiele adaptieren sich dann an den Spieler. Schule funktioniert genau anders. Ich habe einen Versuch und wenn ich in der Klassenarbeit das nicht hinkriege, dann kriege ich sofort die Quittung dafür. Das heißt kein Trial and Error. Und ich habe auch eine Fehlerkultur, die eigentlich so pädagogisch gesehen nicht die optimale ist. Ja, jeder Fehler wird bestraft. Das Ausprobieren führt häufig auch nicht zum Erfolg, sondern man muss das genau nachmachen, was die Regeln vorgeben. Und Mathematik ist da besonders unverzeihlich. Ja, da muss man auch so sehr genau den Regeln folgen, sonst landet man ganz woanders. Und so eine spielerische Interaktion in Virtual Reality, hoffen wir, kann die Kinder wieder dafür interessieren, dass Mathe nicht böse ist und dass es nicht an ihnen liegt, wenn sie was nicht verstehen, sondern dass es an der Vermittlung gelegen hat. Und das Schlimmste, was man hören kann, ist, wenn ein Kind sagt, ich bin dumm, ich verstehe das nicht. Und das ist eine ganz furchtbare Situation. Wir versuchen einfach eine Virtual Reality Erfahrung zu bauen, wo ein Kind vielleicht wieder Interesse finden kann. Wo wir sagen können, okay, pass auf, das ist jetzt auch Mathematik, was du da gerade spielst, was du da gerade machst. Und wenn wir da wieder Kinder für begeistern können, dann haben wir wieder ein schönes Projekt gewonnen oder eine schöne Erkenntnis und das Leben von Menschen, von kleinen Menschen besser gemacht. Macht dann aber auch ziemlich hohe Ansprüche, dann in die weiterführende Schule zu gehen und dann kein Spiel mehr zu haben, sondern das alles wieder auf dem abstrakten Level lernen zu müssen. Aber das wäre dann das Aufbauprojekt dafür. Ja, das stimmt. Man kann das dann sehr weit vorführen. Man kann die nächsten Jahre und das Ganze dann ausdehnen auf Physikunterricht und verschiedene andere Bereiche auch. Aber ich glaube schon, dass so ein spielerischer Umgang an ganz vielen Stellen in der Pädagogik durchaus sinnvoll wäre, wenn diese technischen Hürden nicht so wären und der Lehrplan nicht so eng wäre. Ja, aber das ist ein genereller Diskussionspunkt in der Bundesrepublik, würde ich sogar sagen. Ja. Also auf jeden Fall sehr viele coole Projekte. An sich bin ich auch so weit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben wollen würden? Ich glaube, man sollte einfach Geduld haben, dass wir einfach bestimmte Sachen noch nicht wissen. Wir sind von der Forschungsseite manchmal so nachgefragt. Ja, ist das jetzt schädlich und ist es jetzt schlimm, wenn Kinder das haben und ein gewisses Vertrauen haben? Bestimmte Entwicklungen sind bestimmt kritisch zu sehen, zum Beispiel die übermäßige Nutzung von digitalen Medien. Damit sind wir auch ständig konfrontiert. Sie bauen da Serious Games und die Kinder hängen sowieso vor dem Handy. Aber man kann dort, ähnlich wie bei Büchern oder bei anderen Medien, natürlich auch inhaltliche Unterscheidungen treffen, die sehr sinnvoll sind. Was mache ich denn damit im Medium? Und Virtual Reality ist eine Technologie, die jetzt noch nicht überall zur Verfügung steht. Aber ich glaube, dies ist sehr vielversprechend. Es gibt bislang kaum Befunde zur Langzeitwirkung. Wir wissen also nicht, wie sich das auswirkt. Aber wir haben so einen Verdacht, dass also die übermäßige Digitalnutzung vielleicht nicht so das Beste in den Menschen hervorruft. Und das ist aber ähnlich wie im Straßenverkehr. Ich muss den Kindern trotzdem den verantwortungsvollen Umgang mit solchen Medien beibringen, auch mit Spielen. Und wenn ich das im Verkehr mache, dass ich mein Kind immer abschirme und es gar nicht alleine auf die Straße darf, dann gebe ich dem Kind in das Leben eigentlich das höchste Risiko mit, wenn es irgendwann mal dann alleine auf die Straße tritt. Weil es keine Erfahrung hat, wie es Gefahren einschätzen soll. Und genauso ist es auch mit den digitalen Medien und mit Computerspielen und anderen Interaktionen. Und was wir selten genug zu hören bekommen, ist eigentlich, wie viel Spaß Computerspiele auch vollbringen können. Und dass es eigentlich auch tolle Interaktionen sind. Und so habe ich auch meinen Beruf gefunden. Das zum großen Ärgernis von allen Eltern kann ich sowas vor Schulklassen immer gut sagen. Und wenn ihr fleißig Computerspiele spielt, könnt ihr später mal Professor werden. So war es bei mir. Bestimmt eine sehr beliebte Aussage. Und ich glaube, wir können uns einfach mal ein bisschen relaxter zurücklehnen und das man ja auch genießen. Dass man nämlich über Computerspiele auch tolle Erfahrungen machen kann. Und in Virtual Reality sind die nochmal intensiver. Ja, das waren sehr schöne abschließende Worte. Und auch ein großes Danke von mir und allen ehemaligen Studenten, Studenten, dass sie so coole Projekte mit den Studis machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwelche trockenen Projekte machen zu müssen, wo man gar nicht weiß, wieso. Sondern man macht es nur noch für die Credit Points. Und hier sieht man auf jeden Fall das Ergebnis von dem, woran man dann vielleicht ein Semester oder länger gearbeitet hat. Oder seine Masterarbeit geschrieben hat. Das ist sehr, sehr cool und sehr wertvoll. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was für Projekte dann noch aufkommen. Ich hoffe, ich muss nie irgendeines dieser Spiele ausprobieren. Also im Sinne von, dass ich nicht ins Krankenhaus muss und mir meine Angst therapieren muss. Aber wenn, dann freue ich mich darauf, sowas vielleicht mal ausprobieren zu dürfen. Es ist frei runterladbar für jeden verfügbar. Jedes Alter. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.